Liebe Studierende, willkommen zur neunten Videoübung des Semesters zum Thema Fotoeffekt. Mit dieser Aufgabe beschäftigen wir uns mit dem Fotoeffekt. Monochromatisches UV-Licht der Wellenlänge von 300 Nanometer fällt auf ein Metallstück aus Kalium. Und die emittierten Elektronen haben eine maximale kinetische Energie von 2,03 EV. Wir beschreiben das Material mit diesem Energieschema. Nach Einstein und mit dem Teilchencharakter des Lichtes, nämlich mit dem Konzept des Photons, lässt sich eine Energiebilanz aus diesem Schema schreiben. Nämlich, Energie des Photons ist gleich kinetische Energie der emittierten Elektronen plus eine Energie Phi. Wobei eben diese Energie Phi als Austrittsarbeit definiert ist. Diese Energie entspricht der minimalsten Energie, die ein Photon besitzen muss, um ein Elektron aus dem Material Foto anzuregen. Die restliche, absorbierte Energie des Photons, die übrig bleibt, wird als kinetische Energie des befreiten Elektrons umgewandelt. Frage A. Für die Energie eines auftreffenden Photons gilt die einsteinische Gleichung zur Definition der Energie des Photons. Nämlich, die Energie des Photons ist gleich Planche-Konstante mal Frequenz der Lichtquelle. Oder anders geschrieben, Planche-Konstante mal Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Wellenlänge der monochromatischen Lichtquelle. In diesem Fall entspricht dies einem Wert von 4,13 Elektron-Volt mit einer Wellenlänge von 300 Nanometer. Frage B. Die Austrittsarbeit von Kalium errechnen wir mit der einsteinischen photoelektrischen Gleichung aus dieser Energiebilanz. Tatsächlich lösen wir diese Gleichung nach der Austrittsarbeit. Dies ist gleich Energie des Photons, bereits in der Teilaufgabe A berechnet, minus die kinetische Energie der befreiten photoangeregten Elektronen, eine bekannte Größe des Problems. Und das führte zu einer Austrittsarbeit von 2,1 Elektron-Volt. Frage C. Mit derselben Gleichung erhalten wir auch jetzt eine Darstellung für die kinetische Energie der photoangeregten Elektronen. Lösen wir diese Gleichung nach der kinetischen Energie, das ist die Energie des Photons minus die Austrittsarbeit. Nochmals, die Energie des Photons ist Planche-Konstante mal Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Wellenlänge und dann hier nochmals Minus-Austrittsarbeit. Jetzt die Austrittsarbeit kennen wir aus der Aufgabe B. Und jetzt betrachtet man für diese Teilaufgabe C Photonen mit der Wellenlänge von 430 Nanometer. Dies führt dann zu einer kinetischen Energie der photoangeregten Elektronen von 0,78 Elektron-Volt. Wie erwartet, je kleiner ist die Energie des Photons, desto wenig Energie nach Abziehen der Austrittsarbeit als kinetische Energie des Elektrons übrig bleibt. Die gesuchte maximale Wellenlänge bzw. die sogenannte Grenzwellenlänge bei Kalium ist verknüpft mit der Definition der Austrittsarbeit. Diese ergibt sich via Austrittsarbeit, ist eben die minimalste Energie des Photons, sodass Elektronen befreit werden können. Das heißt, das lässt sich auch als Energie eines Photons darstellen und dies als Funktion einer sogenannten maximalen Wellenlänge, Grenzwellenlänge, das ist gleich Planche Konstante mal Lichtgeschwindigkeit, geteilt durch Grenzwellenlänge. Lösen wir jetzt diese Gleichung nach der gesuchten Grenzwellenlänge, ist dann gleich Planche Konstante mal Lichtgeschwindigkeit, geteilt durch Austrittsarbeit. Und dies führt zum Wert 590 Nanometer. Mit dem Teilchencharakter des Lichtes wurde das Dualismus Teilchenwellen der elektromagnetischen Strahlung eingeführt. Später wurde auch ein Teilchenwellendualismus der Materie definiert, ein Fundament der modernen Physik. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.